In dem heutigen Video sprechen wir über ein Thema, mit dem die meisten Trader Probleme haben. Und zwar, wie kontrolliert man seine Emotionen beim Trading? Vielleicht kennst du es. Du bist im Trade, du hast dein Ziel irgendwo, der Markt läuft in deine Richtung, aber du willst diese Gewinne nicht mehr abgeben und schließt den Trade viel zu früh. Oder du bist im Trade, der Markt läuft gegen dich und du ziehst deinen Stop immer weiter weg. Ich trade seit über 10 Jahren und habe schon so ziemlich alles im Trading miterlebt. Ich habe mit über tausenden Menschen zusammengearbeitet und habe ganz genau gesehen, wo die Probleme und die Ursachen liegen. Und genau darüber werden wir in dem heutigen Video sprechen. Wie kontrolliert man seine Emotionen beim Trading? Zuerst einmal müssen wir verstehen, wo kommen Emotionen überhaupt her? Es gibt im Trading zwei Arten von Emotionen. Das ist einmal die Gier und das ist die Angst. Wann kommt die Gier, wann kommt die Angst? Die Angst kann entstehen, wenn du im Trade bist, der Markt läuft in deine Richtung und du willst diesen Gewinn einfach nicht mehr abgeben. Du hast Angst, ausgestoppt zu werden, deswegen gehst du vielleicht zu früh raus. Oder wenn der Markt gegen dich läuft und du deinen Stop immer weiter nachziehst. Du hast Angst, diesen Verlust zu bekommen und deshalb ziehst du den Stop immer weiter nach. Die Gier kommt oft, wenn man mehrfach Verluste im Trading bekommen hat, wenn man mehrfach ausgestoppt worden ist, zwei, drei, vier, fünf Mal, dass man dann mit einem nächsten Trade, du bist dann im Trade mit viel zu großem Risiko, weil du mit dem Trade wirklich eine hohe Summe verdienen willst, um die ganzen Verluste wieder gut zu machen. Wenn der Markt dann in deine Richtung läuft und der würde eigentlich zu deinem Ziel gehen und der Markt zeigt dir eigentlich, dass du jetzt aussteigen solltest, aber du reagierst nicht, sondern du sagst, ich bleibe so lange drin bis zu dem Punkt, weil an dem Preislevel, dann habe ich all meine Verluste reingeholt, vielleicht sogar noch einen Gewinn. Kennst du das? Ich kenne das persönlich sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben zum einen die Gier und wir haben die Angst. Bei beiden Fällen, bei der Gier und bei der Angst, diese treten dann in Kraft, wenn es um Verluste geht. Wenn du Angst hast, ausgestoppt zu werden oder die Gier kommt, wenn du vorher Verluste gemacht hast. Das heißt, in beiden Fällen geht es um Verluste. Unterbewusst haben wir Angst vor Verlusten bzw. wollen keine Verluste im Trading haben. Die meisten Trader denken, dass Verluste sie zurückwerfen auf ihren Weg zum hauptberuflichen Trader. Die meisten wollen jeden Tag Geld verdienen, kaum Verluste machen und im besten Falle wirklich schön eine saubere Performance mit möglichst wenig Verlusten. Das ist aber von vornherein ein völlig falscher Glaubenssatz, denn keine Performance verläuft geradlinig. Selbst der Markt steigt nicht am Stück geradlinig nach oben, sondern hat immer wieder Korrekturen. Was unterscheidet die erfolgreichen Trader von den erfolglosen Tradern? Die erfolgreichen Trader, die können Verluste akzeptieren. Die haben Verluste und sie können die Verluste akzeptieren. Das bedeutet, sie haben keine Angst vor Verlusten im Trading. Erfolglose Trader, die wollen Verluste am liebsten um jeden Preis vermeiden und wenn sie gekommen sind, dann wollen sie die schnell wieder raushaben. Erfolgreichen Tradern ist das komplett egal. Erfolgreichen Tradern geht es nicht um Verluste oder Gewinne, sondern es geht ihnen darum, einfach zu traden, das was der Markt ihnen zeigt. Und das Endergebnis ist dann, dass sie Geld verdienen. Sie haben ihren Fokus nicht auf der Performance, sondern auf dem Markt. Sie handeln das, was der Markt ihnen zeigt. Gibt der Markt ihnen ein schönes Setup, dann steigen sie ein. Sind die Wahrscheinlichkeiten nicht so hoch, dann lassen sie es entweder aus oder sie gehen mit weniger Risiko rein. Wenn der Markt ihnen zeigt, dass sie aussteigen sollen, dann steigen sie aus. Völlig egal, was vorher passiert ist. Erfolgreiche Trader haben verstanden, dass es völlig normal ist im Trading, Verluste zu machen. Und erfolgreiche Trader haben auch keine Angst vor Verlusten. Was sollte also jemand, der im Trading nicht profitabel ist, tun, um seine Emotionen kontrollieren zu können? Wenn wir jetzt wieder an die Anfangsfrage denken. Wo ist denn der Ursprung? Wenn du das jetzt schon bisher gehört hast, was würdest du denken? Der Ursprung ist die Angst vor Verlusten. Das bedeutet, man muss seine Angst vor Verlusten komplett reduzieren. Man kann sich einreden, wie viel man will. Man kann sich sagen, ja, Verluste sind normal, das gehört dazu und und und. Aber das Ganze kommt nicht ins Unterbewusstsein. Wir Menschen werden zu 95% von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Wie können wir es also schaffen, die Angst vor Verlusten zu reduzieren? Du musst positive Erfahrungen mit Verlusten machen. Du musst die Erfahrung sammeln, dass du trotz Verlusten am Ende des Monats profitabel bist. Wenn du die Erfahrung gesammelt hast, dann ist es viel einfacher, die Verluste zu akzeptieren, weil du keine Angst mehr vor ihnen hast. Ich weiß, es ist unglaublich schwierig, einfach durchzutraden. Es kommen Verluste, drei, vier, fünf Verluste, das einfach zu akzeptieren, einfach ganz normal weiterzumachen, bis zum Monatsende durchzuziehen und sich dann überraschen zu lassen. Das ist mir klar. Deshalb würde ich dir eine Sache empfehlen, wie du im Vorfeld, bevor du überhaupt dein System umsetzt, schon diese Angst vor Verlusten reduzieren kannst. Und zwar solltest du dein Trading System kennenlernen. Du solltest ganz genau wissen, wie dein Trading System performt, was der maximale Jordan ist, ob es normal ist, Verlustwochen zu machen, wie viele Verluste hintereinander normal sind. Diese Eckdaten musst du kennen und du musst sehen, dass trotz diesen Verlusten, Drawdowns, du trotzdem am Monatsende mit deinem System positiv performst. Wie macht man das Ganze? Du schaust dir deinen Trading Plan an, wo ganz genau drin steht, wie du handelst, deine ganz genauen Regeln. Du schaust dir ganz genau an, wenn du zum Beispiel von 19 bis 21 Uhr tradest, dann gehst du in die Vergangenheit von den Märkten, die du tradest und schreibst dir alle Trades aus der Vergangenheit zu diesen Uhrzeiten, die es gegeben hätte, in die Tabelle rein. Völlig knallhart. Gewinne, Verluste, alles. Hierbei ist es wichtig, komplett ehrlich zu sich zu sein. Wenn du zum Beispiel siehst, oh, dieser Trade, das wäre ein Verlust gewesen, aber den hätte ich mir ja vielleicht so oder so ersparen können, trag diesen Trade trotzdem in diese Tabelle ein. In diese Tabelle trägst du dann deine ganzen Trades ein, die es aus der Vergangenheit gegeben hätte. 100 Trades von jedem Markt aus der Vergangenheit trägst du ein. Warum 100 Trades von jedem Markt? Denn durch 100 Trades kann man wirklich sagen, ob ein System performt oder ob es nicht performt. Wenn du von jedem Markt 100 Trades eingetragen hast, dann wertest du deine Tabelle aus und dann siehst du ganz genau, du rechnest ganz genau aus, ob dein System unterm Strich profitabel ist oder nicht. Du schaust dir ganz genau an, wie viele Verluste gab es hintereinander? Wie viele Verlusttage gab es hintereinander? Gab es auch Verluste Wochen? Was war der Geldbetrag, wo du maximal hinten warst? Das heißt, du schreibst dir natürlich in diese Tabelle die ganzen Trades mit einem genauen Geldbetrag rein. Du definierst vorher dein Risiko, sagst, ich will so und so viel pro Trade riskieren und wenn du einen Verlust gemacht hättest aus der Vergangenheit, dann schreibst du das Ganze rein, wie viel das Ganze wäre, damit du dann wirklich auch diese Relation siehst, damit du siehst, dass es vielleicht sogar normal ist, fünf Verluste hintereinander zu machen und trotzdem am Monatsende profitabel zu sein. Je nach System ist das Ganze unterschiedlich. Es gibt natürlich mehrere Handelssysteme, zum Beispiel Systeme, die im kurzfristigen Börsenhandel sind, wo du aus dem Orderbuch einsteigst, wo du kürzere Trades mitnimmst, diese haben in der Regel natürlich einen geringeren Drawdown als Intraday Trades. Denn bei Intraday Trades, da steigst du ein und du möchtest, dass der Markt eine gewisse Strecke macht. Wenn du aber kurzfristig agierst, dann bist du in dem Trade innerhalb von 30 Sekunden bis mehrere Minuten. Und da frage ich dich mal, was denkst du, ist einfacher, richtig zu erraten? Wie das Wetter in den nächsten paar Stunden sein wird oder wie es in den nächsten 30 Sekunden oder in den nächsten paar Minuten sein wird? Genau. Und genau aus diesem Prinzip erzielt man auch durch den kurzfristigen Börsenhandel weniger Drawdowns. Dadurch hast du eine höhere Trefferquote. Und da musst du einfach schauen, von dem Handelssystem, was du verfolgst, ist das Ganze profitabel oder nicht? Und wie ist das Ganze profitabel? Unter welchen Rahmenbedingungen ist es profitabel? Wenn du dein Handelssystem kennst, wenn du dann die genauen Kennzahlen ausgewertet hast, dann fällt es dir viel leichter, dich im Trading an deine Regeln zu halten. Denn du weißt dann ganz genau, dass auch nach fünf Verlusten, die kommen können hintereinander oder mehrere Verlusttage in Folge, dass du trotzdem am Monatsende mit deinem System profitabel sein kannst. Und das gibt einem im Trading die nötige Sicherheit, die es braucht, um seine Trades richtig zu managen, um seine Stops nicht anzupassen, damit man auch wirklich Verluste akzeptieren kann. Denn Verluste zu akzeptieren und die Angst vor Verlusten zu reduzieren, das ist die Ursache von allen Emotionen, die im Trading entstehen. Ob es die Angst ist oder ob es die Gier ist. Wenn du dein System kennst, ganz genau weißt, dass du auch nach fünf Verlusten hintereinander profitabel bist mit deinem System, dann wirst du nicht nach diesen fünf Verlusten gierig sein, zu viel Risiko nehmen, den Trade ewig laufen lassen wollen, sondern du weißt ganz genau, hey, mein System ist trotzdem profitabel, alles easy, ich ziehe es einfach weiter durch. Und genau diese Sicherheit brauchst du im Trading, damit du konstant profitabel bist. Deshalb, wenn du im Trading deine Emotionen kontrollieren möchtest, dann solltest du dein System perfekt kennenlernen, damit du die ganzen Eckdaten von deinem System kennst und dadurch die Verlustangst reduzierst, denn die Angst vor Verlusten ist der Ursprung von den ganzen Emotionen im Trading. Mach dich jetzt am besten direkt an die Umsetzung, schreib dir deine Tradingregeln auf und führe eine Statistik über dein System, damit du auch die Verlustangst reduzierst und in Zukunft deine Emotionen beim Trading kontrollieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, ich wünsche dir viele gute Trades, wir sehen uns im nächsten Video, mach's gut und bis bald. und bis bald.